Hallo Tischtennis-Helden, mein Name ist Janine Borsche, ich bin Tischtennis-Trainer aus Bonn und in diesem Video geht es um die Frage, ob man bei so heißen Temperaturen überhaupt trainieren sollte. Tischtennis-Helden, conquer the table. Jetzt am Wochenende waren es 40 Grad in Deutschland teilweise. Die Hallen sind natürlich auch aufgeheizt und die Motivation eher niedrig jetzt noch zu trainieren. Wie sehe ich das, sollte man bei so heißen Temperaturen überhaupt in der Halle trainieren? Ich würde ganz klar sagen, wenn euch das Spaß macht und ihr richtig Lust aufs Tischtennis habt, macht es. Da gibt es auch gewisse Einschränkungen, die man bei so einem heißen Wetter machen sollte. Wenn ihr aber absolut gar keine Lust habt, dann würde ich sagen, lasst es lieber machen, derzeit kurz Pause. Allerdings möchte ich zu Bedenken geben, dass wenn es so heiß ist, dass es dann meistens auch in der Sommervorbereitung ist, weil bei den meisten geht ja im August oder September die neue Saison los. Das heißt, gerade in dieser heißen Sommerphase ist eigentlich die beste Phase, wo man sich vorbereiten kann auf die Saison. Und deswegen würde ich euch schon empfehlen, da durchzugehen. Hey Leute, kurze Werbeunterbrechung nochmal in eigener Sache. Ich wollte nochmal auf meine Sommerlehrgänge hinweisen. Sommerzeit ist Vorbereitungszeit. Ihr könnt mich buchen. Ich komme deutschlandweit zu euch in euren Verein und mache da mit euch einen 1-Tages- oder 2-Tages-Lehrgang. Es ist kein Problem, wenn die Gruppe gemischt ist zwischen Erwachsenen und Kindern und auch ein unterschiedliches Spielniveau. Ich werde auf jeden einzelnen eingehen. Ich habe immer sehr gutes Feedback bekommen von meinen Lehrgangsteilnehmern, dass sie dadurch viel gelernt haben. Und auch was die Themen angeht, da kann ich einfach mit euch das zusammen ausarbeiten, vorher was ihr für Themen-Schwerpunkte haben wollt. Dann können wir das gerne machen. Schreibt mir doch einfach eine E-Mail an info-at-tthelden.de mit euren Daten, woher ihr kommt, wie groß die Gruppe ist, wann euer Wunschtermin ist. Und dann mache ich euch auf jeden Fall ein individuelles Angebot. Also, wir sehen uns bei euch. Macht's gut! Allerdings würde ich schon das Training so anpassen, dass es auch bei den heißen Temperaturen auszuhalten ist. Mal ganz abgesehen von Rahmenbedingungen, dass ihr viel trinkt und dass ihr euch immer erfrischt. Auch in der Zeit würde ich auch das Training in gewisser Weise ein bisschen anpassen als jetzt im Winter. Ich würde es deutlich kürzer machen, das Training. Ich würde vor allem die Konzentrationsphase, wenn es um richtig schwierige Übungen geht, Aufschlag-Rückschlag, unregelmäßige Übungen, würde ich persönlich sehr am Anfang machen, eine halbe Stunde lang nur. Und dann danach den intensiven Teil mit regelmäßigen Übungen, Beinarbeits- und Ausdauerübungen, um sich am Ende nochmal auszupowern. Es ist natürlich unterschiedlich, wie Menschen mit dieser Hitze umgehen. Es ist natürlich blöd, dass Tischtennis immer in der Halle stattfindet, aber wir können es natürlich nicht ändern. Deswegen beißt euch dadurch, dass ihr auch bei heißen Temperaturen trainieren geht. Wenn es jetzt richtig heiß wird, also ab 35 Grad, würde ich es auch nicht unbedingt empfehlen, weil es natürlich auch für den Kreislauf eine sehr hohe Belastung ist. Da können auch durchaus Spieler mal umkippen, wenn sie dann zu wenig getrunken haben und zu viel Ausdauer beim Tischtennis machen oder sich zu sehr überanstrengen. Das müsst ihr natürlich selber wissen. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt eigentlich die letzten zwei, drei Wochen mit meinen Kunden durchtrainiert habe. Ich habe nur eine Einheit. Da hat ein Kunde von mir abgesagt, weil er sich absolut nicht aufraffen konnte. Das konnte ich aber auch verstehen, weil er halt schon auch tagsüber beruflich mit der Hitze sehr konfrontiert war. Deswegen hat er dann gesagt, abends wäre einfach die Luft raus, das ist dann auch in Ordnung. Ansonsten konnte ich eigentlich mit meinen Spielern, die ich trainiere, sehr gut trainieren, auch bei den heißen Temperaturen. Man merkt natürlich, dass man mehr Pausen braucht, dann einfach viel mehr trinken musste. Aber im Großen und Ganzen geht es auch, dass man bei heißen Temperaturen trainieren kann. Vor allen Dingen auch, wenn man sich auszupowern, das tut auch ganz gut. Und grundsätzlich ein kleiner Erfahrungswert noch. Ich meine, dass man in den Sommermonaten beim Training besser in einen Tunnel kommt. Also was ein Tunnel ist, wisst ihr, dass man sich da voll auf den Sport einlässt und keine anderen Gedanken mehr hat. Ich persönlich meine auch, und das ist auch die Erfahrung meiner Kunden, die ich trainiere, dass das im Winter eher schwieriger ist, sich da in diesen Tunnel zu kommen. Deswegen, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach auch ein Vorteil im Sommer bei so heißen Temperaturen, dass man da richtig so sich ausschwitzen kann und ausbauen kann und dann in diesen gewünschten Tunnel kommen oder Flow oder wie man das nennt. Das klappt auf jeden Fall im Sommer besser, einfach auch dadurch, dass die Temperatur höher ist und man sich dann eh, oder man eh schon weiß, man muss jetzt Gas geben und man wird eh schwitzen, als wenn man jetzt in so einer ganz kalten Halle ist und sich da aufraffen muss. Das ist auch mal meiner Meinung nach ein Vorteil, aber das ist nur ein Erfahrungswert. Könnt ihr ja mal einfach in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch nach oben, abonniert unseren Kanal und haut's weg!